Hab's ja eben kurz schon gesagt, Entschuldigung, wir sind samstags ja immer am Questen, PvE-Quests erleben, nachspielen, zuhören, lesen, etc. pp. Es sind schon sehr, sehr viele für die Leute, die vielleicht heute neu sind. Wir haben jetzt schon sehr, sehr viele Gebiete durchgespielt, eigentlich alle PvE-Spielgebiete. Deswegen war jetzt erst Zyro-Deal dran, jetzt sind wir in der Kaiserstadt. Letzte Woche haben wir sowohl die Quest abgeschlossen, die Main-Quest in der Kaiserstadt, wo es ja eine gibt, wie auch alle Dailies oben. Und für heute ist die Aufgabe, alles was in der Kanalisation ist, zu erkunden, zu entdecken. Ich weiß nicht, ob es da großartig noch Quests geben wird, das glaube ich nicht. Aber, ähm... Ja, das ist heute das Ding. Alle Bosse töten. Im Optimalfall dann Molag Bal noch töten am Ende. Und, ja, hier jetzt einfach noch die Abenteuer der Kaiserstadt machen. Wie gesagt, ich glaube, hier oben hatte ich alles durch beim letzten. Ich habe ein Problem. Warum habe ich ein Problem? Weil ich keine Tripods mehr habe, das ist mein Problem. Habe ich vielleicht welcher auf die Bank gepackt. Ach ja, da war ja noch... Die habe ich doch schon gezeigt. Die habe ich gezeigt. Neue Gesichts- und Körperbemalungen. Was ist, dass er sich freut? Er war wieder überrascht, wie viel es im PvP-Gebiet zu Questen gibt. Ja. Aber hier fehlt mir tatsächlich jetzt noch Quest-mäßig was für die Kanalisation. Das finde ich ein bisschen schade. Ich muss auch noch mal ganz kurz umlocken. Mir fehlt ein bisschen was für die Kanalisation. Und auch heute wollte er alle nicht den Luxushändler haben. Scheinbar. Kanillian. Vielleicht. Vielleicht willst du ja. herzlichen ganz kurz muss tripods auf die bank legen irgendwie habe ich vergessen dass der char nix mehr hat zum sanfen 44 reichen ich glaube ich mache lieber noch aber er hat noch ein ganzes er hat ja noch hier aber kurz sagen er hat ja hier noch einen ganzen stack tripods versteckt gehabt melke um einen wunderschönen guten morgen servus so So, wer war es? So, wer war es? Hat er eigentlich einen Rückruf? Ne, hat er auch nicht. Kalones, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben hier schon ein bisschen aufgedeckt. Ich würde sagen, damit es halbwegs passt, machen wir das so. So, ich mache Arena, laufe hier ab, Gedenkbezirk, laufe hier ab, sodass halt irgendwie immer hier die Bosse so die Grenze sind. Und dann würde ich die Bosse machen und dann gehen wir in die Mitte und gucken einfach mal. Das wird nicht ganz so easy werden. Ich bin natürlich alleine und so, aber schauen wir einfach mal. Vielleicht kämpft ja auch gerade irgendeine Gruppe unten und dann kann man einfach da ein bisschen mit Damage drauf machen und absnacken. So, die Quests habe ich hier oben schon gemacht, deswegen machen wir die heute nicht nochmal. Und hier geht es jetzt nur darum, dass ich runter in die Kanalisation komme. Natürlich immer so in Feindgebiet eine Geschichte rumzulaufen. Hier hat man früher immer Scampen gefarmt. Da können wir ja gleich auch nochmal drauf eingehen. Wenn ihr noch Scampen braucht. Gott, ist mir hier lange unangreifbar. Hallo? Warum bin ich denn eigentlich immer noch unangreifbar und kann nicht? Jetzt. Hier ist auf jeden Fall irgendjemand unterwegs. Beim Bad Raki. Wie mache ich denn das, wenn jetzt hier teilweise die Sachen fehlen? Ich gehe zurück. Decke das hier auf. Kann ich das überhaupt aufdecken in der fremden Allianz? Weiß es gar nicht. Und dann... Ja? Okay. Guck mal, der ist mit Rucksack gestorben. Er sieht beeindruckend aus. Hey, hey! Ich glaube ich habe hier irgendeinen Hüter vorbei. 1, 2, 1, 10. Du das. dachte schon es werden alter der ist gehüpft wie einen list und ein anderes camp und hat auch hier in syrodil eher weniger noch aber kaiserstadt gibt es viele auch wunderschöne ecken die einfach sehr sehr cool aussehen und Aufpassen, es ist Also hier ist zum Beispiel ein Farmspot für Scampen, wenn ihr mit mehreren Leuten unterwegs seid, denn unter anderem ist hier einer von drei Spawnspots. Hier war früher ein 10 Minuten Timer, wahrscheinlich ist es jetzt hier nur noch 5 oder 3. Und zwar hat dann hier einer gestanden, hier konnte einer spawnen, da vorne, so wie er hier. Und dann hat immer hier einer gestanden, man musste halt in der Gruppe sein und musste kommunizieren. Weil er halt drei verschiedene Spawn, äh, Random Spawnspotte hatte. Hier konnte einer spawnen und hier. Und da hat sich an jede Stelle einer hingestellt und dann hat man immer gerufen, oh, Position 1 und dann sind die anderen da hingerannt. Und so konnte man halt ganz schnell den Scampen, ganz schnell in Anführungszeichen den Scampen Erfolg halt machen. Und, ähm, es gibt aber auch einen, äh, Solo-Solo-Spot, der deutlich, äh, der halt für alleine sehr gut ist. Einfach, weil man da keine Random Spawns hat an verschiedenen Positionen, sondern es ist immer in einem, äh, richtigen Ablauf. Und das macht es natürlich für alleine viel, viel besser, weil wenn man selbst, wenn man hier versucht alleine zu farmen, äh, ist es halt immer nur die Möglichkeit 1 von 3, dass man richtig steht. Oh je, Nunu-Renn! Lilli, viel Spaß beim Arbeiten. Ich hoffe für dich, dass du trocken bleibst. Bei mir hat es aufgehört zu regnen, aber der ganze, gestern Abend, gestern der ganze Tag und alles war schon ein bisschen arg verregnet bei mir. Und zwar ist der hier unten, da gehen wir gleich hin, wenn ich jetzt hier die Sachen aufgedeckt habe noch. Äh? Äh? Ist doch, wir müssen doch irgendwo weitergehen. Ach du Scheiße, wie ich bin. Da bin ich schon wieder der Ursturm. Da musste man tatsächlich den ganzen Weg laufen, um da reinzukommen. Okay. So, wie war das nochmal? Wie war das nochmal? Jetzt war weiter unten der, der Spot. Und Sonnenblume, einen wunderschönen guten Morgen. Und Sonnenblume, einen wunderschönen guten Morgen. Und Sonnenblume, einen wunderschönen guten Morgen. und zwar war hier immer hier spawnt einer ein skampf damals alle 13 minuten entweder hier in dem raum in dem raum oder in dem raum und nicht entweder sondern er läuft tatsächlich einfach in läuft immer die stellen ab also beziehungsweise hat immer dieselben spawn punkte wenn er da anfängt dann ist als nächstes da dann ist er da und das macht halt das farm im solo bereich sehr sehr einfach früher waren es wie gesagt 13 minuten dann kommt man wunderschön nebenbei die wohnung putzen lesen filme gucken wie auch immer man hat einfach timer 12 13 minuten gestellt hat sich einfach irgendwie hier hinten versteckt und dann ist er gespawnt hatten kaputt gemacht und wenn man den kaputt gemacht hat ist man dann zum anderen sparen punkt gelaufen er war dann hier oben wenn ich mich richtig erinnere war hier einer nie hier war keiner aber hier vorne war einer hier war auf jeden fall einer hier in diesem diese auskerbung drinnen aus einem holzhammer zum einschlag legt mich hin und schlafen nämlich auch gesehen für sie können hakejos troppen hauptsächlich fürs achievement und der andere tropp dann also ist oder list oder hier ist spontan hier und wenn der gespawnt ist und gibt es hier unten in dem raum noch einer und dann hat er immer ich glaube es war immer der danach der danach der danach der der hat immer eine gewisse reihenfolge gehabt die dann er halt nicht random war und deswegen hat sich halt einfach immer angeboten hier alleine zu machen weil du halt nicht auf andere angewiesen war können gleich mal gucken es waren glaube ich 54 50 list kann von 100 und eines von beiden war auch deutlich weniger spawns als der andere deutlich weniger also man hat irgendwie deutlich mehr hier ist gampen gehabt wie list gampen wo war das kaiserstadt wahrscheinlich hat ein eigenes 100 100 list 100 hier und ich glaube list skampen man sieht genau hier ist gampen gab scheinbar deutlich häufiger da habe ich ein bisschen länger gedauert braucht ja aber ich fand es nicht wirklich mühsam weil du hast halt gerade jeder der spot jetzt inzwischen ist ja der spot sogar auf fünf minuten runtergegangen finde ich sogar weniger also sonny blume ich also es gibt klingt zwar blöd gibt aber ein mittel wie du werbung weg bekommst ich fand damals halt wie gesagt du konntest super serie dabei gucken du konntest aufräumen du konntest deine steuer machen du hast ja halt einfach einst einmal gestellt und fertig fand es alleine angenehmer als in der gruppe war in der gruppe war es dann irgendwie immer so du hast halt nichts anderes nebenbei gemacht du wappelst dann halt da die ganze zeit und ich finde halt immer so wenn du nebenbei was anderes machen kannst dann geht es deutlich angenehmer ja lernt ja auch leute kennen aus anderen allianzen und die dann mit einem das machen beispiel habe ich ja so irgendwie kennengelernt das ist das sieht schon geil aus aber für sowas lohnt sich zum beispiel wusste ich gar nicht mehr dass hier so so ein ding ist halt fahrer vielen 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 dank dank so und jetzt die werbung wächsern lieste ich bin euch leid sterblicher macht euch bereit für die flammen wo ein sterblicher sucht das blut der sterblichen meine scherden erhebt euch meine scherden und hütet es ist schon cool den effekt hätte ich gerne nein 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 das denkt auch kein alles gut ich überlege gerade wo der dritte spawn war hier war oder war nicht doch der war hier ich glaube man hat hier an der gab es nur zwei es gab drei hier war auf jeden fall einer ich weiß nicht mehr ich habe mich vor meinem eigenen schatten erschrocken ich habe mich vor meinem eigenen schatten erschrocken ich habe mich vor mir ich habe mich vor einem meiner scherzen ich sage mich vor meinem bei mir ich sehe mich vor mir Und ja, Tanja, das Geräusch von den Bannerenträgern ist natürlich auch nochmal was ganz Besonderes. Wenn die hier so durch die... Früher war Adelmann ja auch nochmal deutlich mehr Angst als jetzt vielleicht heute. Und dann ist man dann da durchgeschnitten und hast du dann in so einem Raum das Ding gehört und dann hast du erst mal Panik ohne Ende bekommen. Gehört ihr hier dazu? Ne, ist ein Fick. Gehört ihr hier, oder was? Gehört ihr hier, oder was? Und was es hier noch für coole Einrichtungsgegenstände gibt. Selina! Dann gehen wir heute noch nach da. Wie machen wir das am praktischsten? Warte mal. Ich kann es so machen. Ich gehe hier. Ich mache es anders, wie vorhin angekündigt. Ich gehe hier runter, ich laufe einfach vorbei, wir machen das, ich gehe hoch und dann gehen wir hier das Stück und gehen dann in die Mitte. Glykantrop, ja, die meisten hier unten kannst du alleine machen, das einzige ist, glaube ich, wirklich Molag Bal und die ein oder andere, also die Wachen kann man auch alleine machen, aber die ein oder andere ist deutlich anspruchsvoller wie andere. Weil manche kannst du einfach outrangen und manche sind einfach echt, echt blöd und gemein und manche sind auch, glaube ich, ne, inzwischen ist, glaube ich, keiner mehr verbuggt. Es gab immer noch einen, der hat so einen komischen Schildstoß gemacht und wenn du den abgeblockt hast, bist du blockend in die Wand reingeklitscht. Ja, Molag Bal ist halt immer die Geschichte, meistens gerade, ich kann mich so dran erinnern, als hier Kaiserstadt Event war. Bei Kaiserstadt Event konntest du immer davon ausgehen, eine Gruppe hat gemacht und ungefähr vier Gruppen aus zwei Allianzen haben einfach nur hier drum gewartet, bis der Molag Bal nur noch ein Prozent hatte oder beziehungsweise wenn Molag Bal stirbt, macht er eine relativ große AOE-Fläche und dann sind einfach nur die Gangplates reingehüpft und haben alles in die Luft gesprengt. Es ging dann zehn Tage während dem Event nur so, überall von allen Seiten kamen Gegner reingeflitzt auf einmal. Man wusste gar nicht mehr, wo die überhaupt alle Platz hatten und wo sie herkamen. Ja, aber Kaiserstadt Event Gibt's ja so leider ja auch nicht mehr. Von längern ja mehr. Könnt mal ruhig wiederkommen. Damals gab's dann doppelte Telvar. Eine höhere Top-Chance für hier den Steinfeuer-Scamp und solche Geschichten. Für den ich zum Beispiel noch... Ich hab früher immer Molag Bal alleine gemacht, weil ich die Verwandlung haben wollte. und so. Und äh... Da war aber... Das war halt auch eine Zeit, wo nicht viel los war. Ach, guckt euch mal den Schatten da an. Ähm. Aber sobald halt... Wenn einer blöd dann kommt, der bringt dich halt leider easy um. Und dann gab's halt immer mal noch hier Kaiserstadt Event. Das gibt's halt in der Form jetzt schon länger nicht mehr. Leicht. Leicht, wenn wir nächste Woche neue Server haben. Ja, es gab's... Ja. Ich glaube, es gab sowas, aber es gab's nicht so, wie es ursprünglich mal war. Sagen wir's mal lieber so. Ich glaub, dieses ursprüngliche Kaiserstadt Event wirklich mit doppelten Telvarstein erhöhte Drop-Chance von Molag Bal etc. pp. Weiß ich gar nicht, ob's... Äh... Ob's das gab? Ich glaube nicht. Oh, die sehen nicht gut aus hier. Sie sehen aus wie Mönche, die gekämpft haben. Dann sind sie mal eine Fusion gemacht. Sind in den ersten April-Scherz reingelaufen. Ach, es war Year One, äh... Year One, äh... Celebration-Kram. Glaub ich. Tio war ein wunderschönen... Servus. Ah, stimmt. Hier, der Boss war kacke. Den hab ich nie gemocht. Hier hab ich immer versucht, äh... anderweitig durchzukommen, weil hier der Boss irgendwie was hatte, was damals irgendwie... Mich furchtbar, äh... Mir furchtbar schwer gefallen ist. Warum ich den nie töten wollte. Ich weiß gar nicht mehr. Ich finde es halt immer, ähm... Ich hab damit wenig am Hut. Ich finde halt... Schwangerschafts-April-Scherze ist halt immer auch so. Ah, ist nett. Irgendwann will ich einen Gespenst als Begleiter. Meine auch. Gibt's denn hier noch? Hier für eine geheime Veranstaltung. Die sind schon... Sind schon hartnäckig, die Geister. Hä? Einfach nicht aufgedeckt? Wie gesagt, ich kann mich halt noch sehr gut an diesen Boss hier erinnern und das den nie gemocht hat. Ah, ich bin irgendwie drunter. Na, graben. Ich will aber oben hin, weil ich will ja den Boss töten. Aber warum wird der mir als abgeschlossen angezeigt? Der war richtig fertig, glaube ich. Die Stimme kennt man. Ah, jetzt weiß ich. Jetzt weiß ich. Der hat... Der hat... ... Das war's für heute. Ich hatte letztens auch keine Dietriche mehr und dann habe ich im Zoom gesagt, ich habe keine Dietriche mehr und dann kriege ich immer ganz viel Post mit ganz vielen Dietriche. Nach all den Jahren bin ich frei von diesem Schreck. Oh Gott. Kapitel 12. Der Grabräuber der Kaiserstadt. Abschließend kommen wir nun zu Sekundinus. Das ist selbstredend nicht sein wirklicher Name. Er wurde so genannt, weil er keinen Namen angab. Und der zweite Mann war der, der fraglichen Verbrechen beschuldigt wurde. Sekundinus wurde angeklagt im Laufe mehrerer Monate, nächtliche Morde verübt zu haben. Seine Opfer wurden häufig Tage später ausgegraben und nie mehr gesehen. Niemand weiß, was er mit den Leichen angestellt hat. Er wurde von den Wachen der Kaiserstadt auf Frischer Tat etabt, als er gerade sein letztes Opfer ausgub. Man verfolgte und tötete ihn. Er trug mehrere Gegenstände unbekannter magischer oder ritueller Natur bei sich. Gerüchten zufolge war Sekundinus nicht wirklich tot. Wenige Tage nach seinem angeblichen Tod verschwanden mehrere der Wachen, die ihn getötet hatten. Eine wurde tot aufgefunden. Offenbar erwürgt. Mehrere Augenzeugen berichteten, dass in jener Nacht eine verhüllte Gestalt, eine Person, hinunter in die Kaiserstadt geschleppt habe. Eine Durchsuchung blieb erfolglos. Ja, oder so. Ja, genau, Selina, genau. Genau, brauchst du leere Seelensteine. Nee, nee, alles gut, Leute. Alles gut. Alles gut. Gilden Chat ist auch immer für sowas ein guter Anlaufpunkt. Wir gehen mal noch hier rein, mal gucken, ob hier noch irgendwas drin ist, was geschichtenmäßig, büchermäßig uns interessieren könnte. Hallo. Hallo. das war ein spinn die sich abgeseilt haben schon gedacht was sind das hier hier geht es auch noch mal lang wo bin ich jetzt hier ach ok jetzt ok 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 warte mal meine waffe ist nicht mehr aufgeladen vielleicht brauche ich doch gleich ach ich habe den anderen ich habe denen der neidplatte gegeben variante viel spaß beim einkaufen denkt dran nächste woche ist ostern lieber jetzt schon ein bisschen mehr mitnehmen dann nutzen nächste woche nicht in den kampf das kommt mir noch sehr bekannt vor ich habe hier irgendwas gefahren damals irgendwelche schlüssel hier gab es irgendwelche schlüssel für wahrscheinlich willenskraft oder sowas weil früher war das ja auch noch aufgeteilt und alles durcheinander muss irgendeinen sinn haben warum ich mich hier noch auskenne auskennen über telwarstein band 1 über das wesen der telwarsteine von herminius sophus an der kaiserlichen akademie der alchemisten zuerst ein wort der warnung an alle mit alchemisten dieses rezept wurde unter meinem sorgsamen auge entwickelt es ist der das es ist das ergebnis zahlloser stunden von der studien und versuche ob schon der ruhm zweifelsohne mir gebührt wäre es falsch meinen ungebildeten aber gutmütigen diener asai ad hoc um wohnung unerweht zu lassen asai ist zwar ein fähiger schüler aber er hat einige törichte vorstellungen die bezüglich der telwarsteine wiederholt hat er mich davor gewarnt diese gegenstände zu zerstören es gäbe da irgendeine lächerliche verbindung zu den göttlichen oder zur schöpfung selbst solcherlei spekulationen sind unfug eindeutig unbegründet und sollten keinerlei auswirkungen auf jede versuche mit diesen steinen haben was das rezept selbst anbelangt so ist es unabdingbar dass alle schritte ohne jegliche abweichung eingehalten werden ich bin mir seines ergebnisses nur dann sicher wenn es von einer person meines tadellosen genies durchgeführt wird sollten unfähige hände sich daran versuchen könnte das ergebnis instabil sein dies sind die riesigen unserer achtenswerten berufstammens gibt es voll noch die riesenräume wird er wird er wird er wird er wird er noch Ei nicht jeder hat eine mini map so hier ist der äußere kreis der mulag war geschichte hier ist man ganz gerne rumgelaufen wenn gerade nicht ab war was man machen muss um gegen mulag war zu kämpfen ist außen diese portale schließen dann ist die möglichkeit dass innenportale aufgehen hier kämpft jetzt zum beispiel gerade jemand und macht das weiß noch nicht ob das einer von euch ist und dann macht man innen die portale und dann von mulag war da können wir uns später drüber drum ich mache jetzt erstmal die andere seite und dann gehen wir später in die mitte wollen wir ihn erst mal nicht da stören mulag war gibt natürlich warum ist jetzt schon wieder eine waffe von mir packt ist nie los warum wird mir was als hätte ich irgendwas nicht aufgeladen angezeigt auch in april scherz aufgeladen aufgeladen ach ich habe ja zwei dankeschön ich glaube ich habe nur die eine seite aufgeladen dachte schon nirgendwo er dann verarscht mich noch mal hier ist jetzt leider so quest mäßig nicht viel los nicht viel los Jetzt erkennt ihr, dass die Herrin nicht sterben kann. Du wirst sie gleich sehen, wer hier nicht sterben kann. Ja, das würde auffallen, Schnabelkitzel. Du hast mehr, Schatz. Ist es wirklich sicher, wenn ich gehe? Ich bin frei. Schwimmt durch dieses üble Wasser in die Freiheit. Trocken heute. Enten kann es. Die Schale dieses falschen Eis ist zerbrochen. Die Herrin wird wütend auf mich sein. Die Herrin wird wütend auf mich sein. Southside is suicide. Vielen, vielen Dank. Ihr hattet Alarmtest? Brief des Friedhofwächters. Leines. Nun gut, Junge. Arendtus hat mir gesagt, dass ihr in heller Aufregung in das Büro des Totengräbers gestürmt seid, weil ihr einen Geist vor dem Krematorium gesehen habt oder so. Ihr seid neu hier, also erspare ich euch die Standpauke. Ihr werdet noch eine Menge Geister hier im Gedenkbezirk sehen. Aber keine Angst, das sind keine Gespenster. Das sind einfach nur ganz normale Grabräuber. Diese verdammten Kaschid stäuben sich in Mehl ein und schleichen dann in der Nacht auf die Suche nach Blunder herum. Das wäre eigentlich zum Todlachen, wenn es nicht so eine Heidenarbeit wäre, anschließend alles wieder sauber zu machen. Wonach suchen die denn? fragte ich. Nun, einst als ihr nicht mehr wart als ein Funkel im Auge eurer Mutter, befand sich hier ein Magd, und zwar ein verdammt guter, der beste in Syrodil. Er war voll von Menschen, die um Gewürze feilschten und um Seidenballen und edle Geschmeide. Ich wünschte, ihr hättet das alles sehen können. Wie dem auch sei, als Waren mit seinen kolovianischen Truppen ankamen, wählte Leowiks Legion diesen Ort hier als Stätte für das letzte Gefecht. Ich war damals noch ein Jungspund, müsst ihr wissen, habe mich fast eine Woche lang in einem Kanalrohr versteckt und darauf gewartet, dass es endlich aufhört. Das war eine Woche, in der ich auf nassen Pflastersteinen geschlafen und blutiges Kanalwasser getrunken habe. Ich hörte nichts außer Schreie und Geklirr von Stahl. Unexplosionen, bei denen mir fast die Zähne aus dem Kopf geklappert hätten. Als es dann vorbei war, war der gesamte Bezirk weg. Und mit weg meine ich weg. Es stand nichts mehr, was mir über das Knie ging. Und damals war ich erst neun oder zehn Jahre alt. Auch wenn du 18 oder 20 gewesen wärst, deine Knie wären nicht unglaublich viel höher gewesen. Und dann waren da die Leichen. Hunderte. Vielleicht sogar Tausende. Ich hoffe, dass ich nie mehr im Leben so etwas riechen muss. Es roch wie dieser Hund, den ihr unter Ilianas Kutsche rausgezogen habt. Und man konnte den Geruch nicht entkommen. Er war überall. Sobald Waren den alten Leowig in die Gosse geschleudert hatte, befahl er seinen Männern, alle Leichen zu sammeln und sie in Massengräber zu werfen. Als sie damit fertig waren, war kein Platz mehr für einen Markt. Also machte er aus dem gesamten Bezirk einen Friedhof. Den Gedenkbezirk. Aber genug Geschichtsunter. Zurück zu den Kajid. Sie haben es sich irgendwie in den Kopf gesetzt, dass man noch immer für einzelne Juwelen oder dergleichen im Bezirk finden kann. Ich sage euch, wie es ist. Wenn es hier noch Wertsachen gäbe, hätte ich sie längst gefunden. Und wenn ich sie gefunden hätte, hätte ich hier todsicher nicht mehr mit der Schaufel herum, würde ich hier tatsächlich nicht mehr mit der Schaufel herum hantieren. Ich möchte, dass ihr morgen zum Haus des alten Varus geht. Kauft euch einen guten, starken Bogen. Wenn ihr das nächste Mal einen Geist seht, jagt ihr ihm einen Pfeil in den Hintern. Achtet darauf, ob er stecken bleibt. Ich wette um zehn Tragen mit euch, dass der Geist kreicht wie eine Hauskatze, die mit dem Schwanz in die Haustür stecken geblieben ist. Friedhofswächter Gaffnos Aha. Aha. Diese Kashi. Es wäre aber auch lustig, wenn wir hier wirklich so rumlaufen würden. Okay. 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 zur richtung machen wir dann wenn ich hier durch bin dann bevor wir dann in die mitte gehen baue ich die lese minuten ein dankeschön fürs danke für die ego immer wenn hier tote sachen sind dann kriege ich immer so ein bisschen dann mache ich mir immer gedanken was hier unten los ist ich finde es ein bisschen schade das ist halt wieder account weit dass das halt aufgedeckt wird obwohl ich die jetzt getötet habe bleiben jetzt einfach mal hier weil jetzt irgendwie ich könnte sagen ich laufe eine runde weil wir weiß nun und verpassen wir auch keinen raum wäre vielleicht ganz ja manchmal so und dann dann gehen wir durch alle räume auch durch und finden bücher und notizen und dann gehen wir durch die Okay. Ja, wie viele von denen gibt's denn eigentlich? Oh, ich dachte du wärst kaputt und tot. Hey, ich bin nicht eure Mama, halt auf mir nachzulaufen. Wie kannst du denn mich da gesehen haben? Das hat irgendwie keinen Sinn. Aber... Nein! Nein, 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 nein. Ich hab nicht die Mutter getippt. Okay. 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 Ich bin natürlich Bandits UI. Bandits UI macht bei mir auch meine Lebensleisten unter anderem und auch die Mime. Und immer noch nett. Okay. 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 Ist sie hier schon einfach unglaublich oft gestorben oder sieht es hier immer so aus? Wird dieses General? Ja, oder der General tötet Spinnen. Warte mal ob irgendwas spawnt. Jetzt kann ich ja schon mal so ein bisschen Ordnung machen, damit ich vorlesen kann. Vielleicht baue ich es auch jetzt schon ein. Mutterzieherneid Memorandum für den Führungsstab der Zweiten Legion Zusammenfassung der Schlacht nach Diktat von Optio Canolian Midara 26. Abenddämmerung, 577 der Zweiten Ära Mit tiefstem Bedauern muss ich den Legaten darüber informieren, dass unsere Verfolgung des Eiskappzirkels fehgeschlagen ist. Die jüngsten Kämpfe im Norden und Westen von Falkenring führten zu hohen Opferzahlen und minderten sowohl Kampfkraft als auch Moral. Im Lichte dieser Entwicklung habe ich einen sofortigen Rückzug aller verbleibenden Legionäre zu Jeral-Querung befohlen, wo diese weitere Befehle abwarten sollen. Ich empfehle mit Nachdruck, dass der Legat jegliche zusätzliche Stationierung nördlich des Jigar-Gebirges aussetzt, bis die Bedrohung durch den Zirkel weiter nach Norden abgezogen ist. Zunächst lauteten die Berichte, dass der Eiskappzirkel dem Reich Kaiser Leowig lediglich beratend zur Seite steht. Ihre Anführerin, eine Hexe namens Mutter Zierneid, hat diesen Glauben auf schreckliche Weise widerlegt. Während unseres ersten Ansturms erwarteten wir nur mäßigen Widerstand. Wir hatten sie über eine Woche lang unter Druck gesetzt, durch heftiges Schneetreiben über die Hochebene in das Jeral-Gebirge getrieben. Als wir nach Falkenring hinabstiegen, rechneten wir mit einem entkräfteten Feind. Was uns bevorstand, war ein Massaker. Mutter Zierneid und ihre Vettel-Koketterie hatten zwischen den Gräbern westlich der Stadt Zuflucht gesucht, wo sie Horden vertrockneter Nord beschworen und sie mit niederträchtigen Verzauberungen stärkten. Mitten im heulenden Wind und im beißenden Eisregen hörten wir Zierneids Stimme durch die Baumwipfel drohen. Sonderbar matronenhaft. Doch auch voller Arkaner Bedrohung. Viele Legionäre erlagen ihrem Einfluss und flohen kreischend vom Schlachtfeld, während sie an ihrer Rüstung zerrten, als wären sie in einen Schwarm stechende Insekten gehüllt. Andere schrien vor Schmerzen. Als die Hexen ihre metallenen Kürrasse erhitzten, bis diese wie Metall in einer Schmiede weiß glühten. Ich erhaschte nur einen flüchtigen Blick auf sie, erleuchtet von bärstenden Flammen und explosionsartigen Blitzen. Sie trugen eine verzerrte Weidenmaske und die Elemente brausten und tanzten um sie herum wie kreischende Wahnsinnige. Ich sehe sie immer noch, wenn ich meine Augen schließe. Ich bete, dass der Legat mir diese blumige Beschreibung verzeiht. Ich will nur umfassend zum Ausdruck bringen, wessen wir Zeugen wurden, damit wir in Zukunft alle gebotenen Vorsichtsmaßnahmen treffen können. Sollte der Legat es wünschen, werde ich meine verbleibenden Legionäre aufstellen und die Jagd fortsetzen. Doch ich fürchte, dass Mutter Cianite uns einen noch höheren Preis zahlen lassen würde. Sollten wir erneut auf sie treffen. Ich bete, dass der Legat uns erlaubt, bald nach Syrodil zurückzukehren. Die Angelegenheit des Eiskapp-Zirkels überlassen wir besser den Nord. Und hallo Cianite. So, machen wir erstmal kaputt und dann machen wir nachher noch weiter. Ja, jetzt auf der Timer wieder hochgegangen. Der ist natürlich doof, wenn ich die Szene wechsle. Aber ich gehe einfach mal davon aus. Wir müssen mal gleich normal weiterspielen, wenn der hier tot ist. Wir müssen da zurückkommen. Das war's. Das war's. Ich will die Holzstäbe runterspringen. Ja, Spuren, die du findest, sind accountgebunden. Kannst du auf jedem Char, wenn du unter Antiquitäten guckst, machen. Aber du musst natürlich die Einführungsquest dafür gemacht haben. Sonst sieht es so aus wie bei mir, dass es nicht angezeigt wird. Okay. Ich treffe hier auf einen weiteren Clown. Naja, verberitt. Ja, ist wirklich positiv, weil so kannst du halt auch easy mit anderen Charakteren spielen. Questen und dann findet man immer mal noch eine andere Antiquität, die man nicht hatte. Das ist wirklich ganz angenehm. Ja. Die musst du mit den einzelnen Charakteren gemacht haben. Also, wenn du ausgraben willst. Antiquitäten selber, Spuren, findest du immer. Die findest du auch, selbst wenn du Kramer überhaupt nicht besitzt. auch, selbst wenn du mit den Tonnen schufst, kannst du zusammenstellen,st du auch zu einem neuen Charakteren machen. また, ich gehe ganz angenehm. Wenn du mit dem Traumst und ich mich schufst, kannst du damit machen,st du mit dem Traumst. Alles klar. Nicht Fuerst, ich denke, dass du mit dem Traumst nicht würdest. Das ist die Frage, in meinem Traumst. Auch wenn du mit deinen Charakteren willst. Was was es soweit? War schon so. ich finde diese verbindungen hier eigentlich immer ganz irgendwie cool oh Gott aber ich werde wohl kämpfen müssen super blöd alles andere als irgendwie so 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 und und kraut servus ja im moment ist gerade wenn du frei brichst gefühlt irgendwie aber jetzt war nicht mal das freibrechen sondern manchmal auch das unterbrechen irgendwie komisch so die die jetzt leo wicks ring können bis in diablo spielen äh ok mit steller kommt und holt nicht bier Der Kaiser ruft seine Untertanen herbei. Zimtpfötchen, ich habe noch einen wunderschönen Samstag. Lass dich heute nicht verarschen. Wir sehen uns hoffentlich morgen. Morgen werde ich mir auch noch was Schönes einfallen. Ja, es ist irgendwie keine Ahnung. So, jetzt muss ich aber langsam wieder ein bisschen vorsichtiger werden. Denn, jetzt bin ich wirklich sehr im Feindesland. Ich würde hier oben rum gehen und dann hier über den Tempelbezirk dann raus. Und dann halt, wie gesagt, hier beim Adelsbezirk runter und dann in die Mitte. Das geht schneller als gedacht. Dann kann ich mir auf jeden Fall schon für nächste Woche auch Überlegungen machen, was dann die nächsten Samstage hier so passiert. Das Necrom. Vor allen Dingen mit welchem Char. Was ich mache, weiß ich schon. Nämlich die Verliese. Im Questmodus. Mit einem Gefährten. Weiß nur noch nicht ganz welcher Char es wird. Nicht er hier, glaube ich. Ihn haben wir jetzt schon sehr, sehr oft kennengelernt. Ja, genau. Das ist mir klar. Nuno, dass du da gerne für einen kleinen Anteil helfen zu handgeben würdest. So, ich will aber vor dem sein. Macht das keinen Sinn. Doch, es könnte sein. Es könnte durchaus sein. Naja, so gar kein Verlies. Warte mal. Ja, doof. Will dich nicht angreifen. Alles gut. Gar kein Verlies. Das ist natürlich auch. Da muss ich gucken. Kann ich gucken. Stimmt, er darf ja dann wirklich gar keins gemacht haben. Weil sonst kriege ich ja keine Quests. Und Selina. Glückwunsch. Musst du mal kurz. Aber ja, das ist ja dann das Programm für die kommenden Samstage. Wirklich die Quests der Verliese mal machen und dann denke mal, das wird auch den einen oder anderen interessieren. Man kommt ja nicht allzu oft dazu. Viele beschweren sich, dass sie es überhaupt nicht mitbekommen. Deswegen ist es vielleicht mal nicht schlecht, wenn ich das einmalig mal wirklich ganz ruhig mache, auch alle Zettel und Bücher vorlese. Und dann Ja, brauchen nur den richtigen Charakter. Teamchenmaus, einen wunderschönen Samstag. Hallo. Gerade hier ist natürlich immer so ein bisschen gefährlich, weil hier kommen natürlich auch gerne die Leute runter, die ihre Daily Kaiserstadt Daily machen. Wobei hier nett ist, das ist ein ganz schönes. Aber ich muss sagen, gelb ist hier schon vom Weg her zur Basis. Er hat Blau hier mit Elfengarten eigentlich schon einen ziemlich krassen kurzen Weg erwischt. Zumindest bis jetzt. Ja, bis jetzt. Und bis jetzt. Das war's. Ja, kann ich verstehen. Guck jetzt zum Beispiel auch gar nicht so auf meine Telvar-Steine, die ich habe. Ja, genau, damit ich noch weniger auffalle. Hallo? Oh Gott. Hallo? Felix! Guten Tag, was willst du? Vielen, vielen, vielen lieben Dank für deinen Raid. Willkommen. Leute, schaut super gerne bei Felix vorbei. Wieder schönes Programm. Ist immer einen Besuch wert. Tiberius, einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin natürlich auch so... Ist ja nicht so feindes Gebiet. Komm, kannst du mal ein Traum machen. Sieh. Bringst mal auch deinen Tripod, den du überhaupt nicht benutzen musst, weil du überhaupt keinen Mangel an Sachen hast. Ist ja nicht so, dass du den brauchen könntest, wenn du dich gleich jemanden angreifst. Am besten setzt du noch die Ulti ein oder so. Pixel, Psychologist, ein wunderschönes Haus. Hat mich doch gesehen. Er hat so gespielt, als hätte er mich nicht gesagt. Ach, come on, Leute. Hier ist halt immer richtig. Weil hier kommst du zwangsläufig Leuten entgegen. Die hier reinrennen von den feindlichen Allianzen. Tatsächlich habe ich gerade echt wenig Lust auf die. Ah, die haben ja auch so eine Quest mit. Natürlich haben die auch so eine Quest. Wenn ich die wäre, würde ich ihr Ding Durchgang nehmen. Also ist der sicherer. Müsste ja eigentlich laufen besser sein. Dann rückt mich keiner von hinten ein. Also es wird gesprintet. Aber wenn gesprintet wird, hat man nicht genug Ausdauer, um gegen mich zu kämpfen. So, jetzt gehen wir noch hier hin. Dann können wir hoch. Und dann nähern wir uns. Dann nähern wir uns einem Kampf gegen Mulak Bar. Boah, ich habe jetzt eben gedacht, der kämpft einer, bei der er um WC gekämpft hat. Und ich bin einfach reingerannt und habe mich schon geärgert über meine... Ja, wahrscheinlich wird es schon so laufen, bis der mich einfach wegklatscht, weil... What the fuck? Er hat meine Ulti negiert. Das vergessen soll euch holen, ihr Narr. Ja, wie viele Tierchen hatten der? Das ist ja wie ein Hüter mit einem Bär, der nicht stirbt. Ach du Scheiße. Das ist natürlich richtig mies, wenn der hier noch so... Wenn der Clan-Band dann wenigstens Lut geben würde. Aber der nervt mich einfach nur. Ich bin die Geschichte. Ich stelle mich mal vor, der wäre lootbar. Und ist mir da alles. Ich habe aber auch ein bisschen Angst vor da oben. So, links abbiegen, wahrscheinlich in den Elfengarten. Ja. Clan-Bands-Trocken, eine Spur. Guck mal, das wäre natürlich vollkommen okay. Ach du Scheiße. Scheiße. Ah, warte mal. Gut, das ist ein gutes Zeichen. Vielleicht sind sie alle abgedeckt. Oh Gott, hier sieht es aus, als wären Menschen hier gewesen. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich bin ein Quester. Heute bin ich nicht so doof und kämpfe erst mal noch. Habe ich letzte Woche einen schwerwiegenden Fehler gemacht gehabt und bin dann hier abgefarmt worden. Heute traue ich mich das nicht. Und Noxius, einen wunderschönen. Mittag, servus. Fängerin der Seelen, die ist richtig kacke. Die mag ich nicht. Das ist die, die die Portale eröffnet. Und das mag ich nicht. Weil wenn du die Portale nicht machst, dann heilt sie sich. Aber mit Melee ist kacke, die Portale zu machen. Also lass man die mal durchlaufen. So. Ja, eigentlich hätte ich doch... Eigentlich kann ich doch jetzt hier wieder von zur Mitte laufen. Also es wäre jetzt schon langweilig, wenn ich mal eine Telwarstein auf die Bank packen würde. Das... Das machen wir netter. Ich hätte vielleicht nochmal umlocken können und hätte meinen Mark hinringen oder meinen... Was auch immer nehmen können. Das würde ich gerne machen. Ich würde schon gerne einen ordentlichen... Schmuckteil anhaben, wenn ich zum Mulac-Bahn gehe. Das müsst ihr mir erlauben. Dafür tue ich keine Telwarstein auf die Bank. Ausnahmsbeiner Wende beim Mulac-Bahn-Bahn-Bahn-Bahn-Bahn-Bahn-Bahn-Bahn-Bahn-Bahn-Bahn-Bahn. Malacat will ich irgendwie net. Oder kann ich auch Malacat anziehen? Ja, komm. Ich locken. Dann locke ich nicht um. Logge nicht um und... Ist der, der mich heilt, oder? Das wäre natürlich auch... Sehr angenehm. Sie sind alle drei eigentlich ganz cool. SV Bild. Ja, komm, Fallenort. Ich nehme Malacat. Ich nehme Malacat. So. Net raus. dingens wie heißt marken ring der gibt rüstung und magie und waffenkraft so hier habe ich ja schon ein bisschen was erkundet beim letzten mal werden werde ich jetzt hier nicht unbedingt jede ecke noch aufdecken aber ich laufe schon die die wege und wenn wir hier sind geht's in die mitte ist nämlich mit hier war schon jemand an der kiste war jemand dran hier Okay. tanz schille nord hier einen wunderschönen guten mittag vielen vielen dank für deinen follow willkommen ach du scheiße ich glaube das ist eine der es ist schon wieder ich kann kein spiel es ist ja 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 das ist halt in der situation ist dann halt noch ärgerlicher wie gesagt früher gab es noch das problem dass du dann in die wand gebackt wurde sondern halt auch nur mit links es ist ja also zumindest was ich mitbekommen habe sollten skills funktionieren man sieht sie nur nicht aber ich habe auch nicht das gefühl dass sie funktionieren muss ich dazu sagen weil ich sehe halt dann auch nicht dass meine heilung oder so dann was tut so wir laufen die rechtskurve hier hat man immer zombies früher gefarmt weil auch hier konnte man ganz gut farmen auch cp apropos cp nach dem fest denkt dran nach dem bastete essen und finnie einen wunderschönen guten mittag und finnie einen wunderschönen guten mittag leider ist hier auch alles so verzweigt bis ich nicht sehe ob irgendwo noch spezielle bücherung und abrimex malzeit kann das ruhig machen nein springen hier da hat wenn macran da ist der kann hier noch geschichten erzählen er hat hier auch böse gegrindet wenn ich mich richtig erinnere richtig erinnere hier geht es gar nicht wir müssen raus dann nach links und nochmal nach links hier 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 ist da da hier da Entspannend, wenn man sich dann schon fühlt. Er würde schön leuchten, das stimmt, aber ich habe das Set auch nicht parat. Da muss ich ja einer töten. Hat der mich eben da extra hingeloggt? Was war das jetzt eben? Dann wird der Boss zu mir geloggt, wenn ich gerade eine Kiste mache. Hallo. 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 Äh, ich weiß nicht, ob das, also, wo gibt's das denn? Ist das ein Kaiserstadt-Syrodeal-Trop-Set? Ich weiß es nicht. Ich weiß es leider nicht. Wenn's in der, als gerechter Lohn-Trop, dann ist es nicht gefunden. Ich weiß es leider nicht mehr. Ich würde mich jetzt aber auch von meinen Gefährten verabschieden, weil das ist zwar schön. Ach, okay, Tschernoxi, sorry. Da hab ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich hab gedacht, du hast irgendwie beim Go-Wake gewonnen. Äh, ich bin hier nicht so, ich hab eben gedacht, nicht, dass die hier farmen wollen. Und ich mach jetzt, äh, hier Kram. Äh, da. Ja, ich glaub, kaiserliche Physis. Nach dem Gold, guck mal, da ist nach dem Gold und es ist nach dem Fest. Wenn das mal nicht besonders ist. Scherden, kommt herbei! So. Ab zu Jesus. Ich mein, ich kann es ja niemanden verwehren. Ich kann jetzt behaupten, ja, ich und Mulac-Bahl, easy, easy hätte ich schon gemacht. Geh mal kurz runter, weil der Boss ist unten. So viel weiß ich noch. Ihr werdet in den Flammen vergehen. Ihr und alle eures Schlages. Ich verlange wieder Herstellung. Ja, ja, du kannst hier wieder Herstellung zum Arsch. Die, 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 die. So. Jetzt. Das war die letzte Hürde. Jetzt geht's. In die Mitte. Mal gucken, wie es da aussieht. Zum Rad rum, äh, zent, äh, Drata. Hier sieht's auf jeden Fall, ja, nett geleert aus. Okay. Nee. Falsch. Egal. Mach mal kurz. Ich bin falsch gelaufen. Und Daniel, ein wunderschönen. Guten Mittag, servus. Ja. Da wartet sogar, glaube ich, jemand davon. Gucken wir mal, wie es hier aussieht. Oh, da kämpfen welche. Okay, da ist nur ein toter Molag-Bahl. Und einer roter, der wegrennt. Dem möchte ich mich jetzt gerade nicht streiten. Ach, du Scheiße. Sorry. Sorry. Das sind drei Stück. Ah doch, der hält ganz gut mit. Nein, er hält überhaupt nicht mit. Verdammt. Warum mache ich so was? Warum bin ich so doof? Warum bin ich so doof? Warum helfe ich meinen Leuten? Warum lasse ich so nicht einfach sterben? Dieses Zehnfach-Fail. Das ist garland. Das war's. Warum? Ja. ểill捏ыblich. Ich habe mich, da ist es miropeje. Ich habe mich, das war auch das. Denn hinterher wird, wenn man die mängder, nicht dann little Geord printed signer. Geordlich weißt, wenn mir gut zu sein, tripodeta ist verraten VictoryVERty��요- 질 beet DIDET Teilijk von dreißen Schelaria Aus dem Tagebuch von Kerufi, Schildknappe der Schürwacht Großer Vater gibt mir Stärke, mein Rücken hat heute wieder Bekanntschaft mit der Stange gemacht. Ich hatte ja eine Mitschuld, aber ganz ehrlich, Schelaria trägt den Löwenanteil der Schuld. Warum höre ich immer nur auf sie? Ist es nicht genug, dass ich wegen unserer letzten Verstoßes noch immer nichts esse, außer Brühe und ungesalzenem Brot? Wann wird sie es endlich lernen, auf die Worte der Oberen zu hören? Klingenmeister Samin schätzt Verschwiegenheit über alles. Wir alle wissen das. Der größte Vorteil des unheiligen Grabs ist seine Obskurität, sagt er. Es erscheint auf keiner Karte. Kein keuschender Trunkenbold äußert seinen Namen gegenüber lauschenden Ohren. Verschwiegenheit ist unser Schild. Brüllt Samin. Immer und immer wieder grüllt er diese Mahnung. Reist nicht in die Schlucht. Und blöd und trotzdem, da waren wir. Die Schakale gesattelt und bereit für den Ritt. Schilaria sieht überall Bedrohung. Sie vertraut mir kaum. Und dabei sehe ich mich als ihren Busenfreund. Ich habe versucht, ihr klarzumachen, dass das Grab jahrhundertelang nicht bemerkt wurde. Aber sie wollte immer noch nichts davon hören. Sie beharrte darauf, dass dies beispielslose Zeiten wären. Drachen erheben sich im Süden. Ketten stürzen aus dem Himmeln herab. Allianzen setzen Syrodil in Brand. Wir müssen vorbereitet sein. Gemeinsam ritten wir zur Klippe, nahe der Bankorai-Garnison. Und beobachten das Kommen und Gehen der pertonischen Händler dahinter. Danach wendeten wir uns nach Süden. In Richtung Glatzgar. Um einen Blick auf die zahnlosen, messertragenden Banditen zu werfen, die dem verborgenen Eingang des Grabs zu oft zu nahe gekommen sind. Ich muss zugeben, mir gefiel der glühend heiße Wind im Gesicht und der Geruch der Gewürze aus Harlins Wehr, den die Brise bis jeher trug. Einen Augenblick lang fiel das schwere Gewicht unseres Eids von meinen Schultern. Ich fühlte mich frei, Chalaria allerdings nicht. Ich blickte in ihr Gesicht hart wie Feuerstein und sah nichts als Unruhe. Wie ein Hund, der einen Eindringling wittert, der noch nicht in Sichtweite ist. Ich habe sie seit unserer letzten Strafauferlegung nicht mehr gesehen. Aber ich fürchte, ihre Besorgnis hat sich nicht gelegt. Ich weiß, dass ihre Angst unbegründet ist. Ich weiß, dass das unheilige Grab sicher bleibt. Und dennoch, in manchen finsteren Nächten, wenn die Lampen heruntergebrannt sind, komme ich nicht umher, darüber nachzudenken, dass Chalaria vielleicht doch recht haben könnte. Die Geschichte von Lyris kommt ein anderes Ziel. Sie hat mich auch eben gerade ein bisschen von meiner Blut abgelenkt. Die Geschichte, dann war die Geschichte vorbei. Dann habe ich eben an ihm gedacht, über meine Dummheit. Also laufen wir nochmal. Laufen wir nochmal dahin. Anscheinend sterbe ich jetzt schon vorher und komme noch nicht mal bis hin. Aber wir haben ja auch noch eine Weile Zeit. Aber es ist natürlich auch ein bisschen doof, wenn da oben jetzt eine rote Gruppe Molag-Bal am Farm ist. Die da bleiben, wäre natürlich auch nicht gut. Und warum laufe ich eigentlich den weitesten Weg, den man sich ausdenken kann? Oh, es ist wieder die. Die da bleiben, wenn man sich ausdenken kann, wenn man sich ausdenken kann. Und Steal & Magic, Mahlzeit. Das ist zum Beispiel einer der Bosse, wo ich gesagt habe, hier gibt es halt auch welche, die deutlich anspruchsvoller sind, die andere. Ja, gehört definitiv zu den anspruchsvolleren. Besonders unter den aktuellen Herausforderungen, dass irgendwie alles so ein bisschen nicht so reagiert, wie es reagieren soll. Ego ist ab sofort unterlassen. Gerade für Molag Bal, das werde ich nicht annehmen. Ich werde die Punkte zurückerstatten. Das ist schon mal als Vorankündigung. Ich werde die Punkte zurückerstellen. Und ich werde die Punkte zurückerstellen. Und ich werde die Punkte zurückerstellen. ist halt auch richtig weiter Niffi, Mahlzeit, Servus Ach guck mal, den Zettel ich bin nur nochmal zurückgegangen weil ich gesehen habe, ich habe vorhin den Zettel übersehen zerknülltes Arena-Flugtag kommt ihr Leute, kommt bestaunt ein Festival des Blutvergießens und der Mordlust die Arena der Kaiserstadt ist ab sofort geöffnet kommt Tag, kommt Nacht kommt, wann immer ihr Sterbliche sehen wollt, die verbluten sich in Qual winden und dann auf innovative, beschämende Weise sterben die Feierlichkeiten werden uneingeschränkt fortgesetzt, bis die Ebenenverschmelzung abgeschlossen ist oder ins Unsterbliche ausgehen zögert nicht, wildes Brüllen und schmerzerfüllte Schreie erwarten im Namen unseres Wissens der Gewalt Tridasa, die Ringmeisterin Trophäenkammer Mein Name ist Klyndalagan und dies ist mein Geständnis ich sollte ganz am Anfang beginnen, falls es einen solchen überhaupt gibt ich kam als Magier mit bescheidenen Mitteln in die Stadt nichts außer Löchern in meinen Taschen und einem klappernden Wagen voller Tant ich schätze, ihr könnt mich als Bauernfänger Bauernfängern bezeichnen mein Spiel war einfach wohlhabende, aber einfältige Kunden herbeilocken und eine Wette abschließen ich wette mit euch so fing ich an ich wette mit euch, ich kann was immer ihr in unserer Tasche habt in einen Apfel verwandeln natürlich waren es nicht immer Äpfel es könnte auch ein Fingerhut, ein Knopf oder ein alter Schuh sein es war unausweichlich irgendwann bissen sie immer an und wagten die Wette ich würde einen einfachen Translokationszauber wirken ihren Gegenstand in meinen Wagen bringen und ihn durch irgendwelchen Müllersätzen den ich am Tag zuvor ergattert hatte im Vergleich zu einer wirklichen Transmutation ist ein solcher Transfer das reinste Kinderspiel und so gewann ich auf zweierlei Weise ich erhielt was auch immer sie gerade mit sich herumtrugen und auch noch den Gewinn aus der Wette davon konnte ich eine Weile ganz gut leben bis ich auf den Klappermann stieß er war groß eindeutig und sehr sehr dünn als er herumging machte seine Geldbörse ein nervtötendes Geklapper ein Klappern als würden Knochen auf Knochen treffen ich müsste ihn nicht herbeiwinken oder meine Nummer abziehen er griff einfach in seine Tasche und zog eine Handvoll verschiedenster Objekte heraus Zähne, Knochensplitter, glühende Scherben seine Stille war aber unruhig und die Gegenstände waren so zufällig und makaber dass ich meine Fassung kaum behalten konnte aber damals war ich gierig gierig und töricht schließlich sprach er mit tiefer und kratzender Stimme wollen wir eine Wette wagen natürlich entgegnete ich 8 Traken für 8 Kinkerlitzchen machen wir daraus 50 Traken wenn ihr Erfolg habt und falls ihr versagt antwortete er eine Wette um 50 Traken ich brauchte einen Augenblick um das zu erfassen ich hatte nie auch nur über die Folgen eines Versagens nachgedacht nun falls ich versage dann schundelte ich euch wohl 50 Traken das schien ihm irgendwie zu missfallen er packte die Dinge zurück in seine Tasche und wandte sich ab um zu gehen und selbst heute noch schrecke ich aus diesem Schlafhof und ringe angesichts des Schreckens dieses Augenblickes nach Luft ich habe ihn immer wieder vor Augen immer und immer wieder hätte ich ihn nur ziehen lassen wenn ich doch nur noch jemand anders abgelenkt durch jemand anders abgelenkt worden wäre oder ich einmal früher zum Essen gegangen wäre dann hätte ich das vielleicht abwenden können aber wie ich schon sagte ich war gierig und töricht ich rief ihm über die Schulter was wollt ihr stattdessen mein Herr er wandte sich mir sofort zu und grinste zumindest denke ich dass es ein Grinsen war ich erinnere mich nicht an sein Gesicht wisst ihr niemand erinnert sich je an sein Gesicht er sprach mich flüsternd an ich möchte nur euer Wort dass ihr mir die Sachen zurückgebt wenn ihr fertig seid er durchschaute mein Spiel kein Straßenspieler würde ein Transmutationszauber für fünf Draken wehben er wusste dass ich die Dinge nur mit einem Translokationstrick in meine Wagen bringen würde also warum die Sorge ich würde einfach in meinen Wagen greifen und ihm die Dinge zurückgeben nachdem der Zauber gewirkt wurde ich hatte ein ungutes Gefühl in der Magengegend aber ich nahm seine klamme bleiche Hand und stimmte zu ihr habt mein Wort sagte ich und mit diesen vier Worten war mein Schicksal besiegelt ich wirkte den Translokationszauber wie üblich es gab einen wunderbaren Lichtblitz und ein Schwall an bunten Rauch alles wie nach Plan und genau wie von mir erwartet hatte er sich eine Handvoll huseligen Kreienklan in eine Handvoll Knöpfe verborgenen Silberbesteck und Schullederfetzen verwandelt ausgezeichnet raspelte er wenn ich nun meine Dinge zurückhaben könnte könnten wir unsere Wette abschließen ich war beschwingt 50 Draken 50 Draken für einen kleinen Trick ich tanzte innerlich regelrecht als ich meinen Wagen öffnete aber etwas lief schief alle meine Dinge waren verschwunden alles ich suchte überall in meinen Taschen im Wagen der Straße herunter nichts scheinbar habt ihr versagt stellte er fest und so begann mein niemals endender Dienst für den Klappermann ich werde für den Rest meiner Tage nach seinen verschwundenen Dingen suchen mein Leben ist ein Fluch meine Nächte sind gefühlt gefüllt von schlimmen Träumen meine Tage mit mich wachhaltenden Schrecken meine Knochen ziehen und ätzen mein Haar wird jeden Tag dünner und gleicher alles für eine Handvoll Knochensplitter und Zähne also fasse ich mich für euch kurz werter Leser bringt mir eure angsteinflößenden Kinderlitzen eure Knochensplitter und blutigen Krallen bringt sie in meine Trophäenkammern und ich gebe euch Schätze jenseits eurer Vorstellungskraft belastet euch nicht mit dem Gedanken über den Ursprung dieser Schätze ich musste sehr sehr einfallsreich werden Skrupel sind ein Luxus denn sie sind die den sich die Verfluchten nicht leisten können nein einzig die Kinderkerlitzchen zählen gleich finde ich eines Tages alle Kinderkerlitzchen des Klappermanns und an diesen Tage werde ich mich selbst töten und diese verfluchte Welt hinter mir lassen die Chiffe personas sie Woody sagt sie 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 Das war's. Das war's. Das war's. Das ist noch ein gutes Stück. Aber wenn ich da bin, diesmal gehe ich vorsichtig. Das war's. 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 Es geht um den Liedernikang und muss gerade schnell zurückerst koyce. problem ist halt auch so ein bisschen dass das was ich anhabe dadurch dass ich keinen hier standen kann aber überhaupt kein wenig es gibt also hier ist tatsächlich so ein bisschen pv hier wäre hier deutlich praktischer eine heilung ja Ich bin nicht alleine. Ich bin alleine. So, jetzt muss man alle drei Portale machen. Genau, achso, wegen den Toren, ja. Ich kann gleich gucken. Ihr müsst gucken, dass die offen sind. Das ist nämlich auch das Gute, wenn man zu zweit ist, dass man auch mal gut sterben kann. Aufschwärmen! Heiler! Bewegung! Bewegung! Geil! Das war's für heute. 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 Nein, 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 nein Das war's für heute. 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 Ja, kommt mir deutlich angenehmer zum Spielen vor, wenn ich das so sagen darf. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ganz wichtig ist am Ende genug Ausdauer da haben, um wegzuwenden. Das war's für heute. 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 What the fuck? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, da, da, tja, da, tja. Tja, da haben wir halt noch die drei Portale außenrum und dann geht's auf den Heimweg. Ja, meinst du, der hat alles beim Luxushändler ausgegeben? Das hat jetzt aber Ja, aber Aber so wenig, so wenig Ausfalt! Ja, eins haben wir noch Und dann geht's in die Heimat Ja, genau, es ist wie wenn du mit AP oder Telvarstein einfach zu häufig getötet wirst Dann hast du halt einfach Nemesis Dann hast du halt einfach Nemesis Ja, genau, es ist Ja, allein die vier Portale waren Ungefähr das Achtfache Also, man kann Man kann ja dieses Gampen Gedöns bekommen Aber das ist ja gar nichts gewesen Ich weiß nicht, wo er ist Ich hoffe nicht, dass er denkt Er könnte jetzt mal hier Aber ja Der MULAG Wahlkampf War Also, da waren halt diese kleinen Mini-Typen davor Deutlich unangenehme Weil du musst ja eigentlich Nur aus seinem Seinen Sprung raus Und wenn er dann Wenn er dann Apps spawnt Dann guckst du halt, dass du Ulti-Ready hast Dass du die schnell wegmachst Aber es wäre schon cool Wenn ich die ausnahmsweise Bis zum Ende hin Behalten dürfte Und wenn ich die ausnahmsweise Versteinen und Landete Untergang Findet sie Und Pantel Lemon Einen wunderschönen guten Servus Wie viel hat Wie viel hat MULAG BAL Aber jetzt gegeben An Telwarstein Selber Also nicht der Loot Sondern Sondern der Kill Selber Waren doch jetzt auch Unter Also ich bin ja mit 10k hingekommen Also es müssen unter 5k gewesen sein Was ja auch Dann hat er auch Nicht mehr Als so eine normale Gebietswache Was ja auch WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Wollen sie eine ruhige Ecke finden? Kann ich mal gucken Aber ich glaube, Telvar kriege ich nicht angezeigt bei mir Ach du Scheiße Deswegen habe ich nichts gekriegt Der hatte noch mehr, aber ich habe es nicht angezeigt bekommen Ich habe es nicht angezeigt bei mir, aber ich habe es nicht angezeigt bei mir Ja, im Chat Verlink es doch im Chat Verlink 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 Der Versklave Hörte ich auch an als wäre er scheiße. Aber ich würd ihn gerne, ich bin echt grad im Telvarrausch. Aber ich hab Angst. Upsi, hab ihn angegriffen. Ah, fuck. Okay. Was dahinten müsste ich kaputt machen. Ich glaub der kriegt nämlich sonst, wird geheilt oder so. Ich glaub das ist der wie er auch eben beim Boss war. Okay. Fuck. 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 Alerts, gehe ich gleich durch, bin ich wieder in Busy. Okay. sterb doch in was magic mark vielen vielen dank für den pranz ab neomar vielen vielen dank für den verschenkten sony blume vielen dank für die 100 bits aber was war das denn da war doch war doch gar nichts da war zwar eine bodenfläche aber die hat mir vorher auch immer nur 2k damage gemacht what the fuck safir eisstern nein du bist natürlich nicht schuldig guten tag und falsch fahre vielen 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 dank für noch mal ein verschenktes community dankeschön 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 das ist das muss aber nicht sein das Ja, so ein Schreien ist im Moment in meinem Kopf, weil ich mich so ärgere, dass ich nicht einfach nochmal einen Schritt zurückgegangen bin, wo er 1% hatte oder so. Ja, so ein Schreien ist. Oh, man sieht sogar auf dem Vorschaubild, dass da eine rosa Fläche ist. Wenn ich mir denke, komm, läufst rein. Ja, ungenervt. Genervt ist, glaube ich, ein ganz guter Ausdruck. Nein, das waren heute echt, also ich sag mal so, vorhin die, die hätte ich über kurz oder lang wahrscheinlich eh verloren, weil die bei Molag Bal da rumstanden. Aber die eben waren halt einfach nur seltene Dämlichkeit. Und dann ärgere ich mich ein bisschen, weil bei Molag Bal der Loot so kacke war. Nein, ich bin ja froh, dass wir ihn getötet haben. Also, dass ich euch auch zum Abschluss von der Kaiserstadt wenigstens noch einen toten Mundag Bal präsentieren konnte. Das ist doch auch schon was gewesen, aber trotzdem. Mitschrift des ältesten Rates. Sitzung in der Ratskammer des Weißgoldturms. Anwesend Ratsmitglieder, Oberster Ratsherr Loviticus, Ratsherrin Fellaria, Ratsherrin Jirich, Ratsherrin Abor, Ratsherrin Itinia, abwesend Kaiserin Regentin Cliviatan, Kanzler Abnotan, Berater Manimaco, Ratsherr Vandassia. Ebenfalls anwesend General Nipia der Zweiten Legion, Hoher Magistrat Muspidus, Botschafter Lünlilil von Somerset-Inseln sowie Botschafter Jadir Blot von Hochfels. Alte Tagespunkte. Ratsherrin Jirich berichtet, dass die vor kurzem eingeführten Fortschriften hinsichtlich tierischer Hinterlassenschaften die Lage in den Elfengärten verbessert haben. Ratsherrin I. Itinia berichtet, dass die bei der letzten Sitzung des Rates getroffenen Entscheidung, den diesjährigen Legionärsball auf den ersten Sonnenhöhe zu verschieben, bei der Bevölkerung auf breite Zustimmung gestoßen ist. Botschafter Linn Jeldil bestätigt, dass durch den neuen Termin eine rechtzeitige Seidenlieferung aus Himmelsfeste gewährleistet ist. So haben alle Teilnehmer ausreichend Zeit, neue Garderobe in Auftrag zu geben. Ratsherrin Mandassia nimmt zwar nicht teil, lässt uns jedoch per Brief wissen, dass er in Gideon verbleibt, wo er seine Aussicht nach effektiver bei der Bewältigung der Eisenkrise im Nibbeneibecken mitwirken kann. Neue Tagespunkte. Der oberste Ratsherr Lovidicus äußerst offiziell, dass laut der diesmonatigen Bilanz des Ermessensausgaben der Kaiserin Regentin und ihrer Berater im Vergleich mit den jährlichen Ausgaben von Kaiser Waren um das Siebenfache gestiegen ist. Der oberste Ratsherr stellt den Antrag, dass General Nipia eine bewaffnete Eskorte entsendet und gewaltsam sicherstellt, dass Berater Tharn an der nächsten Ratssitzung teilnimmt. General Nipia rät entschieden von solchen Vorgehen ab. Bei der anschließenden Abstimmung wird der Antrag abgelehnt. Anschließend teilt Ratsherrin Abor mit, dass sie sich unwohl fühlt, möglicherweise aufgrund einer verdorbenen Portion Schlammkrabbe, einem dies-tägigen Pransch im Tempel der Göttlichen. Ratsherrin Abor entschuldigt sich von der Sitzung. Botschafter Yadir Blot ersucht den Rat erneut, die siebte Legion unverzüglich aus Bancorei abzuziehen. Ratsherrin Gierich stellt den Antrag, die Angelegenheit dem Legionärsrat vorzutragen. Bei der anschließenden Abstimmung wird der Antrag stattgegeben. Der oberste Ratsherr Luidikus bittet General Nipia, die Angelegenheit bei der nächsten Sitzung des Legionärsrats vorzutragen. Der General erwidert, dass eine solche Sitzung nicht vor Erstsat nächsten Jahres geplant sei. Aber er verspricht, die Angelegenheit zu diesem Zeitpunkt vorzutragen. General Nipia setzt den Rat darüber in Kenntnis, dass weiterhin Gerüchte über eine Verschwörung von Verrätern innerhalb der kaiserlichen Legion kursieren. Er beantragt, dass der Rat Mittel für seine Leutnanten zur Verfügung stellt, damit diese gründlich interne Untersuchung durchführen kann. Kein Ratsherr erklärt sich bereit, diesbezüglich einen Antrag zu stellen. General Nipia möchte die Angelegenheit genauer erörtern. Aber seine Stellungnahme wird von einer Reihe erheblicher Erschütterungen der Erde unterbrochen. Hauptmann Norbanus, der kaiserlichen Stadtwache, betritt die Ratskammer und meldet, dass ein dunkler Anker außerhalb der Stadt herabgelassen wurde. Und mehrere Detra im Adelsbezirk gesichtet wurden. Aufgrund dieses Berichtes stellt Ratsherrin Fallaria den Antrag, die Ratssitzung zu vertagen, damit die Lage beurteilt werden kann. Bei der audenschließenden Abstimmung wird der Antrag stattgegeben. Aber der oberste Ratsherr Lovidicus legt ein Veto ein. Der oberste Ratsherr Lovidicus teilt dem Rat mit, dass die Ratssitzung erst vertagt werden kann, wenn über die Anfragen des hohen Magistrats Muspidus abgestimmt wurde. Den Wasservorräten in der Kanalisation Metallclean Duftwasser beizumischen, um den stadtweiten Gestank zu beseitigen, der vermutlich von der zusätzlichen Festwoche während der diesjährigen Regenhand verursacht wurde. Ratsherrin Intimia stellt den Antrag, das Duftwasser beizumischen. Bei der anschließenden Abstimmung wird der Antrag stattgegeben. Oh Neb, Servus. Ratsherrin Fallaria stellt erneut den Antrag, die Sitzung zu vertagen. Bei der anschließenden Abstimmung wird der Antrag stattgegeben. Diese Sitzung des Ältestenrates wird vertagt. So richtig, das ist so wirklich richtig Behördenscheiße. Und Elethora, Servus. Kann man zum zweiten Frühstück schon Garnelen essen? Du kannst Garnelen auch schon zum ersten Frühstück essen, finde ich. Ist ja ähnlich wie Lachs. Finde ich durchaus auch da. Schon einverleihbar. Hallo Varianta. Vielleicht hat Varianta irgendwo Telvar Steine rumfliegen gesehen und aufgesammelt. Die hatten mir irgendein Kanalbosten die Hand gedrückt. Ja, hab ich. Aber unglaubliche 33 Goldfunden bekommen. Dann hatte ich 14.000 Gold. Und dann hab ich mir gesagt, komm, machst du noch die Kanalwache. Die hatte ich auf 1% Leben. Und dann bin ich geplatzt. Und weg waren sie. Und weg waren sie. Die, alle ... Und dann gibt es keine Einschränkung. Und dann administrator da. Dann immer noch die kleine Lieblingshhhh. Und, dann wurde sie... Das war ... Da war also ... Das war in der comments. Und dann haben die Garnelen- Die war vor der 10.000 Goldfunden. einen Boss hier, der mir zwar schon einen Busy genervt hat, aber den ich eigentlich ganz gut in der Kontrolle hat. Und dann wollte ich ihn eigentlich nur töten. Und hab mit meiner... Es gibt auch einen Clip und auf einmal bin ich umgefallen. Kein Spiel jetzt. Ich muss jetzt noch... Ich muss jetzt noch eine Wache töten. Ich gehe unter 10k, gehe ich nicht nach Hause. Na klar, kannst du das. Ja! Ach, das ist... Ich mich nicht nach Hause. Ja, okay. Wir gehen schon jetzt. Peitsche kann man nicht dodgen, Peitsche kann man nicht dodgen. Ne, ich bin ja bei 9100. Ich muss ja eigentlich nur hier töten, dann sollte es ja passen. Ich weiß nicht, was widerlicher ist. Jetzt renne ich aber. Äh, woran das liegt? Das liegt an deinen User-Settings. Es gibt in den User-Settings mit dem Verschwommen. Das geht aber ein bisschen auf die Leistung, Saphir Eisstern. Es gibt, wenn du deine User-Settings aufmachst, nicht aufmachen, wenn sie im Spiel aktiv sind. Äh, gibt es einen Punkt, der heißt... Äh, was war's, was war's, was war's? MIP Skip Load Level. Der wird bei dir wahrscheinlich auf 0 stehen, vielleicht auch auf 3 sogar. Ähm, wenn du den auf minus 3 setzt, dann sollte alles relativ sehr, sehr schnell nachladen und du solltest immer sehr, sehr gut, äh, die, die Anzeigen sehen. Und es ist nicht lange, nicht lange verwaschen. Äh, überhaupt hier keine Bildschirmaufnahme. Hier, äh, Zeile, MIP Skip Load Level. Hier auf minus 3 setzen, das sollte das verbessern. Da kostet aber, äh, Ressourcen. Also da, da schauen. Äh, Inno-Ski, sowas finde ich auch. Auch immer, immer, immer cool, weil das, pfff, geht's immer ganz schnell. Bei uns im Edeka haben sie dann auch immer einfach Tüten, die kannst du kaufen, die gehen dann an die Tafel. Zockermama, servus, hallihallo, dir auch einen wunderschönen Samstagmittag. Wie viel Spaß, lass dir schmecken. Ich hoffe, es ist was Schönes geworden. Genieß deinen Samstag. Wenn du willst, morgen bin ich auch wieder da. Sie mag nicht so... Es hätten so viel mehr sein können. ... ... ... ... Ja, äh, ich halte im Moment ganz gut durch, muss ich sagen. Ähm, ich habe heute Morgen sehr, sehr ausgiebig gefrühstückt. Äh, hat sehr viel. Bei mir gab's nämlich heute Morgen Fleischwurst zum Frühstück. Und die hat mir scheinbar sehr lange gesättigt. ... Also ich hätte jetzt auch Hunger, ja. Aber, äh, jetzt gerade so. Weil dann kann ich nachher vielleicht mal auch mal wieder... Boah. Wir haben noch eine Woche von der sieben Wochen ohne Süßigkeitenwoche. Dann durchhalten. Durchhalten jetzt mit Ostern vielleicht gerade nochmal so, ne. Und wie spannend. Eine Arbeitskollegin von mir fastet, ähm, ist gar nichts. Das finde ich halt ultra hart. Seit Aschermittwoch keine Kekse, keine Schokolade, kein Pudding, kein Eis, keine Bonbons, kein Kuchen. Nein! Welch grausames Schicksal! Häuserlich! Das war's am Möge. Was ist das für einجeliges? Was ist das für eine Ausgabe? Was ist das für ein Wörter? Wir müssen es mit einem Wörteres... das hat sie auch gesagt schneide kätzchen gerade so erst also nur nach zwei drei tagen ist ja auch dieses hungergefühl wohl weg und sie hat gesagt sie hat das schon mal gemacht und hat sich danach so gut gefühlt und vielleicht wäre das mal eine maßnahme wie es mir geht mir geht sehr gut vielen vielen dank der nachfrage mir geht sehr gut bisschen genieße das wochenend ich genieße das ja bei mir ist das ding mit 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 süßigkeiten bei mir sind mal der vorteil solange ich keine habe vermisse ich so auch nicht habe ich so fressig alles auf also muss ich einfach widerstehen welche zu kaufen und es geht auch aber manchmal komme ich dann so auf die ideen einfach mal eine rübli torte zu kaufen und die wird dann vernichtet was sind eigentlich schlüssel fragen wir sind es hier eigentlich stehtrische fesseln und monster zahn und die triche fesseln holen wir die doch einfach mal du siehst aus wie ein monster zahn was bist du der tempelbezirk ah ja genau sei halt einfach der bezirk den ich ja genau variante genau dass das redet man sich ja dann ganz gerne ein beim karotten kuchen ja es ist gesund da ist karotte drinnen ne rübli moped kennst du karotten kuchen eigentlich karotten kuchen und rübli torte also ich glaube karotten kuchen ist glaube ich ein bisschen würde ich sagen ein bisschen bisschen gröber rübli torte ist halt so wo ist denn hier noch eine tür hallo das ist das ist zum beispiel variante das ist ein guter punkt das habe ich mir zum beispiel freitags angewöhnt freitags gehe ich halt immer einkaufen nach dem arbeiten und ich arbeite ja freitag meistens so bis zum 1 und deswegen gibt es keinen mittag auf der arbeit aber da war es dann auch so wenn du dann bist du dann beim supermarkt bist und sowas dann ist schon wirklich so hart an der grenze deswegen gucke ich dass ich freitags so hier fünf minuten terrinen mäßig zumindest dann so um halb zwölf noch mal macht damit ich nicht ganz hungrig beim einkaufen bin ihr solltet mal die vanille pudding torte mit sauer kirchen von edeka probieren vanille pudding torte das klingt auch so die schlüssel sind aufgebraucht detrische fesseln bist du detrische fesseln ne du bist blutkallen bis dunkel äther du bist eine knochenscherbe wo kommen dann detrische fesseln hin vielleicht kaiserstadt gefängnis der kaiserstadt dann halte ich mal ein auge auf saphir stellen dann halte ich mal ein auge auf war das vielleicht hier in der kaiserstadt und dings weißgoldturm oder gefängnis dank juni maus dank übrigens machen wir es gerade ach du scheiße warum fehlt mir eigentlich noch so viel von magiekraft heilung aber tatsächlich gibt es im gefängnis der kaiserstadt eigentlich immer ein set was immer was ich so gerne einbauen würde nämlich verletzender magier aber leider nie durchgesetzt aber da fehlen mir tut wie sind es jetzt wie sind es jetzt mit dem neuen luch system aber irgendjemand grillt heute mittag ich schließe schon draußen wieder grill angemacht wird ja äh Okay. Tja, Gefängnis der Kaiserstadt. Gebe mir Lut. Wo sehe ich denn? Wo würde ich denn sehen? Account by the Achievements. Mist, wie würde ich denn jetzt sehen, welcher Charakter noch nie in Dungeons war. Ich glaube aber fast jeder war schon in Dungeons. Das könnte nützlich sein. Okay, es ist kein garantierter Sticker-Album, Drop. Ist es schade, das habe ich mir gewusst. Na, das wäre cool gewesen. Nur auf der Map. Gutes Auge. Okay. Ah, ich glaube, den habe ich schon mal gesehen. Ich glaube, den habe ich schon mal gesehen. Okay, mit dem Char sieht es ja tatsächlich schon fast so. Warum habe ich mit... Ne, warte mal. Aber die Raids müssen von irgendwo anders her kommen. Dem sieht es ja eigentlich... Ja, Orkaninsel war es schon. So ein paar Einzelne haben sich hier auf jeden Fall drunter gemischt. Ein paar. Eiscap. Eiscap. Kram des Schiffbaus. Das macht überhaupt... Warum... Wann war ich mit dem Char da drin? Ja, äh, aber... Also, wir sind jetzt noch nicht am Ende vom Stream. Aber das war zumindest der Kaiserstadt. Der Kaiserstadt. Quest-Stream samstags. In drei Wochen durchgemacht. Äh, der Anfang. Storyline, Mainquest. Auf jeden Fall anschaubar. Ähm, ihr seht auf jeden Fall beeindruckende Bilder. Kann ich jedem ans Herz legen. Und ihr habt jetzt auch gesehen, es war jetzt auch nicht so viel los. Ähm... Man kommt gut durch. Danke auf jeden Fall für alle, die zugeguckt haben. Nächste Woche, nächste Woche die Themen. Äh, dann die Verließe. Die Quests in den Verliesen. Ich lasse mir noch was einfallen. Gucke jetzt gleich mal meine Chars durch. Und dann... Machen wir jetzt erstmal hier ganz normal weiter. Wow. Und dann machen wir nächste Woche die Verliesquests. Ansonsten. Dann gibt die endlich auch mal zur Nacht. Man gibt die endlich auch mal zum Land. Und dann gibt die endlich auch mal zum Jahr. Untertitelung. BR 2018